In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man jedes iPhone knackt. Zum einen auf die iTouch-Angabe. Ich versuche es jetzt gerade hier zu öffnen, es funktioniert nicht. Ich versuche es wieder, es funktioniert nicht. Also mein Finger wird nicht erkannt. Dann gebe ich diese Kombination ein. Ich gebe diese Kombination ein. Es hat nicht geklappt, das mache ich noch einmal. Und noch ein drittes Mal, aber jetzt die 3. Jetzt kann man nochmal zurückgehen auf den Startbildschirm und jetzt kann man runter scrollen. Wenn man jetzt ganz hoch scrollt, dann sieht man hier, dass das Passwort angegeben ist. Das wurde jetzt generiert. Jetzt versuche ich dieses Passwort und zack, ist geöffnet. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, das Video zu sehen und bis zum nächsten Mal.